dass ich meine dinge halt herstellen kann liebe kann weg weg teilteile können weg 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 32 mal alkohol wohl fast ich bin ready da wird schon einfach losgelaufen wird sich schon vorgearbeitet ich hab natürlich wieder mal die falsche taste gedrückt das ist schon wieder hervorragend da oben hoch finden sie in missionswerte museums werte missionswerte der brennt der blut weißt du das wiii tschüss ihr kommt nicht an mich herrn ihr penne die ganze zeit über euch nicht da braucht einer wie du lebt noch oder was ich habe hier ein paket ich bin gerade hier gut beschäftigt paket ist offen und ich werde mal rüber zum überlebenden geben den einmal sagen hallo mit deinen kohlen ich habe die geholfen und ich darf gewehr munition ich hatte der einheit im gewehr cool ja kommt manche leute sind schlimmer als beißer gib mir meine belohnung dankeschön äh komm ich da so hoch ja na ich bin ja mal gespannt das habe ich ja schon mal angesprochen wie der zweite teil ist wann er kommt wieder ist wie die story sein wird also wo sie ansetzen ob ein paar jahre vergehen oder direkt hieran spielen wir crane weiter spielen wir crane nicht weiter ich weiß nicht sollen wir dem helfen wen ja hier unten also ich bin jetzt relativ warte warte oh da schmeißt mir voll so ein ding an nischen hm weil ich habe ja eigentlich einem schon geholfen deswegen ja hier ist noch einer hier ist nämlich so ein ganz fetter hier ist noch einer hier ist da noch einer da ach da hinten in der komischen zone war ok und das ja gut den kann man halt noch mitnehmen ist ja so schon dabei ist ja nicht weit weg ich weiß nicht die sind unsere die solltest du nicht können glaube ich wo wo da oben so kollege wir haben dich gerettet her damit du hast uns das leben gehört hier ja ich weiß wohnt hier ich weiß wir sind gut wie kommen wir hier wieder weg ähm das ist eine gute frage äh ich habe den weg gefunden glaube ich ich habe einen automat gefunden wo ich 200 Geld rausnehmen konnte naja gut bin draußen bin draußen ja ich auch gleich also oben wieder ja hier ist noch ein Unterschlupf den wir clearn könnten ja den kannst clearn ich brauche noch mehr ich brauche noch mehr ok ich habe natürlich nicht getroffen gehst du drüber brauche ich los nicht runter also ich verstehe halt nicht warum er sich manchmal in offensichtlichen Sachen nicht festhält also wo ich mich persönlich festhalten würde ja aber nicht moin äh soo dann brauchen wir Strom wird gedrückt geh weg krass oh Washing Powder ok jetzt mach das wow das hat er voll nicht gemacht die ganze Zeit ähm sich da hochgehackt zogen an dem Ausgang wo ich bei der anderen Wohnung schon gedacht habe hä wie muss ich denn da hoch oder rein zurück wie auch immer uh jetzt hat er sich da halt instant festgehalten ähm 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 gleich mal die Tasche höher also normalerweise müssten doch kaum noch welche leben von den Untoten von den Zombies tja zum Glück ist es hier nicht normal weil wir haben ja relativ viel jetzt schon da unten ist noch so ein Drop sollen wir den noch holen ich bin jetzt bei Emissionen ok und beim Händler und der Händler sagt nur Müll abgesehen jetzt von der Gewährmunition ja das Tor so voll ich kann mir auch eigentlich mal die ganze Stadtkommunition kaufen was er hat übrigens übrigens habe ich rund um die Uhr geöffnet so öffnen Tarek was wollen sie wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier ok ok so Fertigkeitenpunkte wir gehen erstmal kurz in den Fertigkeitenpunkte wir haben lernen sie wie sie Entwürfe effektiv einsetzen können sie erzielen häufige Kritikstreppen hört sich zumindest gut an wir haben dann nochmal Wenigkeit äh verwenden sie Wurfwaffen oder die UV-Laffe wenn sie während des Sprints umschauen so lassen sich viele Leute stoppen das wird sich so äh wenn beiß er sie gepackt haben ja das gar nicht mal so schlecht dass man halt schnell aus dem Griff rauskommt und kampfkraft ist jetzt sie werden ein Meisterkämpfe sie erhalten noch mehr Aufsau und Zugang zu neuen Töten äh äh wie sehen sie mit Wurfwaffen bis zu drei Feinden anhalten immer gedrückt um ihre ziele zu markieren und lassen sich loswerden ja komm dann wird es noch ähm so reden müssen natürlich jetzt erstmal warten nö bis da also ich war noch kurz äh Handeln nee ich will oh ja dem Himmel sei Dank ich hatte keine ruhige Minute seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe wer hat nur mich aber ich bin nicht so gut mit Kindern deswegen bin ich nicht hier aber Troy hatte versprochen jemanden zu schicken ich muss ins Museum reinkommen ins Museum aber Troy meinte es würde Hilfe kommen sie hat es versprochen also Tarek sie sagen mir wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich ihnen helfen okay Reis kontrolliert das Museum dort hin zu gehen ist Selbstmord nicht wenn ich unbemerkt bleibe sie waren doch der Kurator richtig da kennen sie bestimmt einen Weg wie man sich heimlich Zugang verschafft oder haben sie eine Tauchausrüstung nein schade es gibt einen Zugang im Smaragd Teich aber niemand kann so lange die Luft anhalten sie würden wahrscheinlich ertrinken wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit also werde ich es versuchen also eigentlich ist mir mein Leben schon noch wichtig ne mhm so mhm 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 ja bin sie ein und war unter Wasser eigentlich ne mhm wo soll jetzt eigentlich nicht so schwer sein würde ich jetzt mal schätzen da haben wir aber einen Drops hihihi hast du schon mal den Haken benutzt jetzt? ne der ist lustig wo ist denn der Drops ich würde sagen dass der Drops im Wasser ist naja nur gut suchst du jetzt den Drops im Wasser? ich hab ihn der ist tatsächlich im Wasser suchen da haben wir den Drops medizinischen Material natürlich sehr schön wir müssen jetzt nur noch rechtzeitig hochkommen bevor wir verwecken gehen ach der hat keine Stahlung cool der Haken, wa? mhm jetzt kommt zu zu Assassin's Creed noch Just Cause dazu mhm oh halloo hallo 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 das sind zu viele das ich geh äh das Paket ruhig hier hier hoch da wir müssen nämlich Jade retten nicht dass die nachher noch irgendwie weiß ich nicht dass die nachher oh fuck zu tief gefallen hervorragend nicht dass die nachher noch irgendwann angetan wird das ist ja natürlich sehr doof hä wieso lässt du dich einsetzen? weil ich dachte dass du nur ein bisschen weiter weg warst das sah auf der Karten nämlich relativ weit aus ne ich war grad ich hab mich extra mit nem Haken zu dir gezogen achso egal bin da ähm ei 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 eh ohne Mist hm geh weg na naja hast du Just Cause schon mal gespielt? äh mal eingedaddelt glaube ich aber richtig gespielt nicht nö ich hab nur den zweiten Teil mal gespielt gehabt ich hab nur den zweiten Teil mal gespielt gehabt und das war's denn aber auch ähm ähm das wär echt gefehlen jo ohne Mist wollt ihr verrecke so so oh unser Kumpel ist tot super hm denen man helfen konnte so naja naja gut man braucht auch nicht mehr weiter raufschießen dann ist es halt so at least he tried at least he tried yep stets bemüht würde eine na ein arbeitzeug bestehen hm kennst du warum jo musst du sogar mein selber schreiben tja beziehungsweise mehrere so und hier soll man jetzt tauchen können oder was nein ich will nicht nein ich will mich heilen auch mit haar hm 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 ich hab sie schon gefunden ja mal gucken ob unsere Lunge ausreicht oder nicht das ist aber so bei Tomb Raider beim neuen bei neuen teilen äh ist es natürlich ist gar nicht mehr so schlecht reicht von der luft her also bei Tomb Raider 1 2 3 so die alten PS1 Titel oh da war es halt immer ekelhaft wenn du da irgendeine Schwimmpassage hast mit tauchen das hat mir gerade so ausgereicht so hm so